Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Meine letzte Predigt endete damit, dass Elia den Mut verloren hatte und Gott bat, ihn sterben zu lassen und damit, wie Gott auf dieses Gebet antwortete. Stimmt's? Elia wurde dann in einer Wolke der Herrlichkeit aufgehoben. Aber zuerst möchte ich noch seine Geschichte fertig erzählen. Wir können viel daraus lernen. Wir haben ihn beim letzten Mal in einer Höhle am Berg Horeb zurückgelassen. Erinnern Sie sich? Er war von sich aus dorthin gegangen. Er war nicht geschickt worden. Gott hatte ihn an den Bach Krit geschickt und dort versorgt. Gott hatte ihn nach Zarpath in das Haus der Witwe geschickt, auf den Berg Karmel. Aber dieses Mal war Elia von sich ausgegangen. All die anderen Male war er gegangen, weil Gott es ihm gesagt hatte. Aber dieses Mal war er geflohen, weil ihn eine Frau bedrohte. Also fragte Gott, was tust du hier, Elia? Aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Das ist Gnade. Und was bewirkt Gnade? Folgendes. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Wie reagieren wir, wenn wir merken, dass wir in der Gegenwart Gottes sind? Vorher sagte er, ich habe für den Herrn geeifert. Herr, ich bin hier, weil... Er ist kühn. Aber dann erscheint der Herr. Wie erscheint der Herr? Als Gnade. Und da verhüllt Elia sein Gesicht. Das ist Anbetung. Gnade ruft echte Anbetung hervor. Denn dann verhüllen sie sich. Dann reden sie nicht mehr darüber, was sie geschafft haben, was sie erreicht und getan haben. Sie, sie, sie. Dann geht es nur noch um ihn. Und Prediger, es geht auch nicht darum, wie schlecht die Menschen sind, sondern darum, wie gut Gott ist. In ihrem Dienst sollte es nicht darum gehen, die Sünden der Menschen aufzuzählen. Das werden wir gleich sehen. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen. Erste Anschuldigung. Deine Altäre niedergerissen. Zweite Anschuldigung. Und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Dritte Anschuldigung. Und ich allein bin übrig geblieben. Oh weh! Tiana! Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Schauen Sie her. Am Berg Karmel bat er Gott, Gottes Namen zu verteidigen. Hier bittet er Gott, seinen Elias Namen zu verteidigen. Ich habe geeifert für den Herrn, mein Gott. Alle anderen nicht. Haben Sie das auch schon gebetet oder etwas Ähnliches? Und dann zählt er alle Sünden Israels auf. Etwas, das Sie im Gebet vor Gott nie tun sollten. Denken Sie daran, wenn Sie gerettet sind, können Sie zum Tisch kommen und essen, weil Sie gerettet sind. Aber der Vater erwartet Tischmanieren. Er lässt nicht zu, dass eines seiner Kinder ein anderes kritisiert und sie sich streiten. Hören Sie? Elia zählt hier also die Sünden Israels auf. Das hat er beim letzten Mal nicht getan. Er ist hier sehr mutlos. Er sagt, ich habe für den Herrn geeifert, ich bin als Einziger übrig. Die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen. Das stimmt alles. Und deine Propheten umgebracht. Aber selbst wenn es stimmt und Sie wissen, dass jemand etwas Schlechtes getan hat, steht es Ihnen nicht zu, seine Sünden vor Gott aufzuzählen. So etwas gefällt Gott nicht. Das gefällt Gott nicht. Und ich allein bin übrig geblieben. Wissen Sie, wie Gott darauf reagiert? So etwas passiert, sobald Sie Ihre Arbeit für unendlich wichtig halten. Das ist Gottes Antwort. Zuerst sagt ihm Gott, dass er ein paar Leute salben soll. Und dann kommt Gottes Antwort. Elisa, den Sohn Saffatz von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. An deiner Stelle. Haben Sie das gehört? Gott sagt, okay, ich hole dich nach Hause. Du sagst, deine Aufgabe ist zu Ende und es ist niemand mehr da. Ich will dir etwas sagen. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasael's entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Was hat Elia gerade gesagt? Ich bin der Einzige, der übrig ist. Gott sagt, ich habe noch 7000. Der nächste Abschnitt steht in 2. Könige 1. Zuerst erzähle ich Ihnen den Hintergrund der Geschichte. Elisa ist zum Nachfolger Elias gesalbt worden. Elia hat in der Höhle etwas gelernt. Er hat gelernt, dass niemand unersetzlich ist. Auch Elia nicht. In dem Moment, in dem er darüber sprach, wie wichtig er ist, hat Gott einen Nachfolger für ihn eingesetzt. Aber Elia war ein Mann Gottes. Er erniedrigte sich, war demütig, ging hin und salbte Elisa. Ich liebe es. Gott möchte uns alle diese Demut lehren. Amen? Gott wollte, dass Elia noch weitermachte. Aber von diesem Moment an war Elia ein anderer Mensch. Er war ruhig und hatte keine Angst mehr. Ich sage Ihnen, er hatte keine Angst mehr. Wenn wir uns seinen Dienst anschauen, nachdem er Elisa gesalbt hatte, sehen wir seine Gelassenheit. Wissen Sie, was er tat? Er stieg auf einen Hügel und saß dort ohne jede Spur von Angst, ohne Sorgen, voller Sicherheit und Frieden. Er hat Gott kennengelernt. Und er hat gelernt, demütig zu sein. Er hat Elisa gesalbt, um seinen Platz einzunehmen. Und danach stieg er auf den Hügel. Ich will Ihnen erzählen, was dann geschah. Nachdem Elisa die Bühne betreten hatte, stieg Elia auf den Hügel. Und Elisa war sein Diener. Er diente ihm. Erinnern Sie sich an König Ahab? Seine Frau war furchtbar. Ihr Name Isebel war. Sie war eine böse Frau. Wissen Sie noch, wie Elia vor ihr davongelaufen war? Aber Gott ließ es nicht zu. Und Elia sollte nicht in einer Wolke aus Herrlichkeit aufgehoben werden, bevor die Angelegenheit erledigt war. Also salbte Gott einen Mann namens Jehu, der mit dieser Isebel töten sollte. Und nun schauen Sie her. Ahab und Isebel hatten einen Sohn namens Ahasja. Nach Ahabs Tod kam Ahasja an die Macht. Er war nun der König von Israel und sein Hauptquartier lag in Samaria. Meine Pastoren und ich waren schon in Samaria. Erinnern Sie sich an die Samariterin, der Jesus diente? Die Stadt, aus der sie stammte, war Ahasjas Hauptquartier. Dort stand sein Palast. Ahasja fiel nun von einem Gitter herunter, also von einem Dach. Er fiel herunter, verletzte sich und lag im Bett. Da schickte er seine Boten zu den Propheten des Baal. Fragt Baal, den Gott von Ekron, ob ich von diesem Bett wieder aufstehe und ob ich wieder gesund werde. Die Boten machten sich auf den Weg, um den Götzen Baal zu befragen. Sie haben gedacht, der Götze Baal sei durch Elias Feuer vom Himmel zerstört worden, nicht wahr? Aber jetzt gehen die Leute schon wieder zu ihm. Die Boten machten sich also auf den Weg, aber Elia fing sie unterwegs ab. Er sagte, was macht ihr da? Sie erzählten, was passiert war und wen sie befragen sollten. Da sagte Elia, sagt eurem König, warum befragst du den Gott von Ekron? Gibt es keinen Gott in Israel? Weil du das tust, wirst du nicht mehr von deinem Sofa aufstehen. Du wirst sterben. So gingen die Boten zurück zum König. Seine Mutter, Isebel, war auch dort. Sie wurde erst später getötet. Die Boten sagten, ein Mann hat uns gesagt, dass du nicht wieder gesund wirst. Du wirst sterben, weil du zu Baal gegangen bist. Gibt es keinen Gott in Israel? Da fragte Ahasja, wie sah der Mann aus, der euch begegnete und dies zu euch sagte? Sie sprachen zu ihm. Der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Sein Name ist Pastor K.E. Matthews. Lawrence ist neidisch, wenn er Pastor Matthews sieht. Nein, ich sage Ihnen, wer wirklich neidisch auf Pastor Matthews ist. Pastor Mark. Er redet ständig über seinen Bart, weil er selbst keinen Nennenswerten hat. Der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tesbiter. Der König erkannte ihn sofort. Ein Mann mit einem Ziegenhaarmantel und einem Ledergürtel, das muss Elia sein. Er ist uns allen ein Dorn im Auge. Und die Mutter grinste wahrscheinlich höhnisch, als sie den Namen hörte. Jetzt schauen Sie her. Der König sagte, ruft meine Soldaten. Schickt meine Soldaten los und verhaftet ihn. Bringt ihn zu mir. Und jetzt sehen wir die Würde Elias. Der Hauptmann der 50-Schaft kam zu Elia. Lesen wir weiter. Und er sandte einen Hauptmann über 50 zu ihm mit seinen 50 Leuten. Als der zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berg. Er aber sprach zu ihm, du Mann Gottes! Der König sagt, komm herab! Wenn man militärische Macht hat, hat man auch Autorität. Da oben saß nur ein einziger Mann. Aber der Hauptmann sagte, komm herab, wir haben die Macht. Wir haben Autorität. Wir haben Soldaten. Er wird feststellen, dass kein König und keine militärische Macht etwas gegen einen Mann ausrichten kann, mit dem Gott ist. Als Elia seinen Dienst begann, sagte er, der Herr, vor dessen Angesicht ich stehe. Er lebte in der Gegenwart des Herrn. Später floh er vor Isebel. Da vergaß er den Herrn, vor sich zu stellen. Und jetzt sagte der Hauptmann, Mann Gottes, komm herab! Ausrufezeichen. Aber Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, Wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Und wusch kam Feuer vom Himmel. Sie waren alle gefeuert. Man würde denken, dass der König etwas daraus lernen würde, oder? Nämlich, dass militärische Macht nichts gegen Gott ausrichten kann. Aber man brachte die Nachricht zum König und der König, nächster Vers, Und er sandte nochmals einen anderen Hauptmann über 50 zu ihm mit seinen 50. Das passiert, wenn ihr Herz verhärtet wird, wie das des Pharao. Dann tun sie so etwas Dummes. Okay. Der redete und sprach zu ihm, Du Mann Gottes, so spricht der König, komm rasch herab! Aber Elia antwortete und sprach zu ihnen, Wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel das Feuer Gottes vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Sie wurden also auch gefeuert. Fristlos. Da sandte er noch einen dritten Hauptmann über 50 mit seinen 50. Der dritte Hauptmann war der letzte. Er wusste, was passiert war. Man weiß, was passieren wird, stimmt's? Als nun dieser dritte Hauptmann über 50 zu ihm hinaufkam, beugte er seine Knie vor Elia und bat ihn und sprach zu ihm, Du Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, etwas vor dir gelten. Siehe, das Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptleute über 50 samt ihren 50 vertilgt. Aber nun lass mein Leben etwas vor dir gelten. Schauen Sie her. Nächster Vers. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia, Geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Und er sprach zu ihm. Nun sprach Elia zum König. So spricht der Herr, weil du Boten hingesandt hast. Schauen Sie her. Wohin ging Elia mit den 50 Soldaten und ihrem Hauptmann? In die Festung des Feindes. Eskortiert von den Soldaten des Feindes. Er ging mitten in den Palast von Ahasja hinein, dem Sohn von Ahab und Esebel. Er ging direkt in seinen Thronsaal. Ist das nicht erstaunlich? Er war aus dieser Stadt geflohen, weil ihm eine Frau drohte. Doch jetzt marschierte Elia ohne jede Spur von Angst direkt in diesen Palast. Und wissen Sie was? Als er vor König Ahasja stand, stand er auch vor dessen Mutter, vor der Frau, vor der er geflohen war. Ich habe ihm gesagt, dass Gott das nicht zulässt. Wenn sie vor ihrer Schwiegermutter Angst haben, wird er sie zurückschicken. Die Mutter war also auch da und stand neben ihrem Sohn, König Ahasja, der ebenfalls ein schlechter König war. Sie sah Elia und Elia sah Esebel und er hatte kein bisschen Angst. Und was war seine Botschaft? Er wiederholte sie. So spricht der Herr, weil du, der König, Boten hingesandt hast, um Baal-Sebub, den König von Ekron, befragen zu lassen, als gäbe es keinen Gott in Israel, dessen Wort man befragen könnte, deshalb sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und das tat er dann auch. Und Esebel konnte nichts dagegen tun. Was für ein Ende. Hier haben wir einen Mann, der keine Angst mehr hat. Das passiert, wenn ihnen klar wird, dass sie nicht unersetzlich sind, dass alles, was sie haben, von Gott kommt und dass es ein Vorrecht ist, ihm dienen zu dürfen. Denn wenn sie das nicht wollen, kann Gott einfach jemand anderen berufen. Er wird nicht vergessen, wenn sie jemandem ein glaskaltes Wasser in seinem Namen gegeben haben. Er wird die kleinen Dinge nicht vergessen, die sie für ihn getan haben. Aber sobald wir denken, dass wir jemand sind, wird er uns zeigen, dass er uns nicht braucht. Wenn man viel erreicht und große Dinge getan hat, wenn Gott einen gebraucht hat, um große Reichtümer für sein Königreich anzuhäufen, selbst reiche Leute, dann denkt man schnell, ich bin es, der etwas im Dienst oder geschäftlich erreicht hat. Vorsicht! Das alles kann im Handumdrehen verschwunden sein, wenn der Segen Gottes fehlt. Einfach so. Haben Sie das schon einmal beobachtet? Das Beste, was wir tun können, ist das, was der dritte Hauptmann tat. Auf die Knie fallen und sagen, bitte, Herr, bitte sei gnädig, feuer mich nicht wie die anderen. Gott ist immer noch gnädig. Noch ein Gedanke, damit will ich schließen. In der Geschichte von Elia fällt zweimal Feuer vom Himmel. Beides geschieht an einem Berg oder auf einem Berg. Auf dem Berg Karmel, erinnern Sie sich, betete Elia, das Feuer herunterkommen möge. Dort fiel das Feuer auf das Opfer, statt auf das schuldige Volk. Das Feuer des heiligen Gottes fiel auf das Opfer. Und die Menschen wurden vor dem Gericht bewahrt. Kein einziger Israelit wurde vom Feuer berührt. Denn das Feuer fiel auf das Opfer. Das ist eine Prophetie auf unseren Herrn Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Aber als die Soldaten kamen, verachteten sie dieses Opfer. Sie kamen und sagten, komm herunter, du Mann Gottes. Und als dann Feuer vom Himmel fiel, gab es kein stellvertretendes Opfer. Gott zeigt uns damit, was geschieht, wenn die Welt nicht durch das Gericht lernen will, wie heilig er ist. Das geschieht, wenn sie nichts durch das Gericht und das Feuer lernen will, das auf seinen Sohn gefallen ist. Damit die gute Nachricht gepredigt werden kann, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Denn durch diesen Mann ist euch die Vergebung der Sünden verkündigt worden. Wenn die Welt das nicht lernen will, dann wird sie erleben, dass das Feuer des Gerichts auf sie selbst fällt. Viele Jahre später, damit will ich schließen, viele Jahre später lebte jemand auf der Erde, der größer war als Elia. Und in der gleichen Stadt in Samaria kam die Zeit, dass er aufgehoben werden und zurück zum Vater gehen sollte. Er sollte sterben und aufgehoben werden. Dazu lesen wir folgendes in Lukas 9, und damit will ich schließen. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Er sollte aufgehoben werden, so wie Elia. Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Wo lag dieses Dorf? In Samaria. Es lag dort, wo viele Jahre zuvor all das mit Ahab und die Säbel passiert war. Stimmt's? Jesus schickte also die Jünger voraus, um alles vorzubereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Sie nahmen ihn nicht auf. Wow. Sie lehnten also das Opfer ab. Weiter. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes, Johannes, der Jünger der Liebe, das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Genau das war in der Bibel schon einmal passiert. Und zwar am gleichen Ort, in Samaria. Und wieder wird ein Mann zurückgewiesen, ein Mann wie Elia, der bald in den Himmel auffahren und zum Vater zurückkehren wird. Aber Jesus, schauen Sie her, Freunde, Jesus wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geist des Kinder ihr seid? Er ermahnte nicht die Samariter, weil sie ihn abgewiesen hatten. Nein, er ermahnte seine Jünger und sagte, wisst ihr nicht, welches Geist des Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Hören Sie, was ich zu sagen habe. Es wird uns zum Segen werden. Jesus ist am Kreuz gestorben und wurde in den Himmel aufgehoben. Er ist körperlich von den Toten auferstanden und zurück in den Himmel gegangen. Und zwischen dem Zeitpunkt, als er in den Himmel aufgehoben wurde und heute, wo wir auf ihn warten, dass er wieder auf die Erde kommt, liegt das größte und wunderbarste Zeitalter der Weltgeschichte. Darin wird das Evangelium der Gnade gepredigt. Und Gott schüttet seine Gnade aus. Gott schüttet seine Gnade aus. Die Jünger konnten das nicht verstehen. Sie konnten sich vorstellen, wie Gericht auf die Erde ausgegossen wird. Deswegen machten sie diesen Vorschlag. Sie konnten sich aber nicht vorstellen, dass Gnade vom Himmel ausgegossen wird. Später würden sie das können. Und Paulus würde ihnen auch helfen, es zu verstehen. Aber zu diesem Zeitpunkt konnten sie das nicht verstehen. Deswegen rechneten sie mit einem Gericht. Und auch heute glauben viele Leute, dass Feuer vom Himmel fallen kann. Nein, Freund, hören Sie zu. Das Feuer ist schon vom Himmel gefallen. Am Kreuz. Wir leben in einer Zeit der Gnade. Wir sind im Zeitalter der Gnade. Ich sagte, wir sind im Zeitalter der Gnade, in dem wir nicht bekommen, was wir verdient haben. Hören Sie? Wir bekommen all das Gute, das er verdient hat. Wir leben im Zeitalter der Gnade, der schönsten aller Zeiten. Abgesehen vom tausendjährigen Reich. Es ist das beste Zeitalter der Weltgeschichte. Das beste Zeitalter. Das Zeitalter der Kirche. Hören Sie? Das wollen wir nutzen. Und wir wollen nicht so sein wie die Jünger. Sie wollten Feuer vom Himmel rufen. Was war daran falsch? Das Falsche daran war, dass so etwas erst wieder passieren wird, nachdem Jesus wiedergekommen ist. Und wie wird er zurückkommen? Wir enden dort, wo wir begonnen haben. Zweiter Thessalonicher 1. In flammendem Feuer. Der Herr Jesus kommt vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Dieser Herr Jesus ist der gleiche, der am Kreuz das Feuer meines und ihres Gerichts getragen hat. Er ist der gleiche Jesus, der für uns zum Opfer geworden ist. Er kommt wieder. Und wie wird er mit den Engeln seiner Macht wiederkommen? In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium nicht gehorsam sind. Freunde, dem Evangelium nicht gehorsam zu sein, heißt, nicht an die gute Nachricht zu glauben. Sie glauben nicht, dass ihre Sünden durch Jesus vergeben sind. Sie versuchen, sich selbst gerecht zu machen, anstatt Gottes Geschenk anzunehmen und Danke zu sagen. Was die Jünger sagten, war also nicht falsch. Aber sie waren voreilig. Machen Sie nicht den gleichen Fehler wie Jakubus und Johannes. Greifen Sie in der Zeit nicht vor. Das Feuer wird kommen, aber nicht in diesem Zeitalter. Ich sage nur, es ist noch nicht so weit. Ganz gleich, wie schlecht und böse wir sind. Die Güte Gottes wird uns zur Buße führen. Vielleicht schätzen Sie das gering. Vielleicht wünschen Sie sich, dass das Feuer siegt und die Erde bebt. Vielleicht wünschen Sie sich solche Werke. Aber Gott lässt heute Werke entstehen, die eine kleine, sanfte Stimme haben. Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Unterschätzen Sie nicht, wie Verfehlungen durch Reset, Wehmet, Gnade und Wahrheit ausgetrieben werden. Okay? Sind Sie nicht auch froh, dass wir im Zeitalter der Gnade leben? Freund, vielleicht sitzen Sie heute hier und haben noch nie die Vergebung Ihrer Sünden in Anspruch genommen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle – mit diesem Alle sind auch Sie gemeint. Sie sind einer von diesen Allen. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ein Aionos-Leben, ein Leben, das immer weiter und weiter geht. Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen und dieses Leben und die Vergebung der Sünden angenommen haben, dann möchte ich Ihnen jetzt die Gelegenheit dazu geben. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus sollen gerettet werden. Wenn Sie das möchten, dann beten Sie aus ganzem Herzen mit. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, um das Feuer meines Gerichts zu tragen, bis es vollkommen ausgebrannt war. Danke, dass du gerufen hast, es ist vollbracht. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Es ist alles vollständig getan. Ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Ich erkläre, Herr Jesus, dass du mein Herr und mein Retter bist. Und ich glaube, dass du, nachdem du die Sünden mit deinem Leib getragen hast, ohne sie wiederauferstanden bist, um zu verkünden, dass all meine Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgelöscht worden sind. Danke, Herr Jesus, dass du heute als mein hoher Priester und guter Hirte lebst, über mich wachst und mich führst. Nichts in meinem Leben ist zu klein für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du mich liebst, im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen, lobt den Herrn. Jetzt haben sie gerade die Bibelschule abgeschlossen. Heben Sie Ihre Hände im ganzen Saal. Der Herr segne Sie in der kommenden Woche. Halten Sie das nicht für selbstverständlich. Der Herr segne Sie mit dem Segen von Vater Abraham, wie er Sie mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus gesegnet hat. Der Herr behüte Sie. Halten Sie das nicht für selbstverständlich. Sagen Sie, ich nehme es an. Der Herr bewahre und beschütze Sie und Ihre Lieben in dieser Woche vor jeder Gefahr, vor Schaden, vor Krankheit und vor Tragödien. Der Herr bewahre Sie vor bösen Menschen und vor den Mächten der Finsternis. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Der Herr lasse sein Angesicht über Ihnen leuchten und sei Ihnen gnädig. Mögen Sie in dieser Woche seine große Gunst erfahren. Und der Herr schenke Ihnen und Ihren Familien Schalom im Geist, Schalom im Herzen und all Ihren Gefühlen. Und Schalom, Gesundheit und Wohlergehen in Ihrem Körper. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne Sie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020